Der automatische Informationsaustausch einfach erklärt. Schweizer Banken, Kunden aus der ganzen Welt vertrauen Ihnen. Denn Sie stehen für Stabilität, eine exzellente Qualität und für hohen Schutz der Privatsphäre. Ein Schweizer Konto und das Bankkundengeheimnis dürfen aber nicht missbraucht werden, um im Heimatland keine Steuern zu zahlen. Darum haben sich die Schweizer Banken entschlossen, künftig den internationalen Standard des automatischen Informationsaustauschs, kurz AIA, anzuwenden. Der AIA soll sicherstellen, dass Steuervergehen über ein ausländisches Bankkonto nicht mehr möglich sind. Die Banken in der Schweiz leisten damit einen wichtigen Beitrag, dass nur versteuerte Vermögen in der Schweiz angelegt werden. Mehr als 90 Länder haben sich schon verpflichtet, diesen neuen internationalen Standard umzusetzen. Dazu gehören auch die wichtigsten Konkurrenzplätze der Schweiz, wie London, Hongkong oder Singapur. Doch wie genau funktioniert der automatische Informationsaustausch? Die Schweizer Banken werden jedes Jahr bestimmte Informationen über ihre ausländischen Kunden an die Schweizer Steuerbehörde liefern. Voraussetzung dafür ist, dass sich auch das Wohnsitzland des jeweiligen Kunden für den AIA entschieden hat und ein Abkommen mit der Schweiz besteht. Die Schweizer Steuerbehörde gibt die Informationen an die Steuerbehörden der Wohnsitzländer der Kunden weiter. Dabei erhalten die Behörden ausschließlich steuerrelevante Informationen und zwar die persönlichen Angaben des Kunden, also Name, Adresse, Domizil, Steuernummer, Geburtsdatum und Geburtsort. Die Kontonummer, der Name und die Identifikationsnummer der Bank, der Kontostand am Ende eines Jahres und die Bruttokapitalerträge. Und genau dabei bleibt es. Wofür ein Kunde sein Geld ausgibt oder in welche Finanzprodukte er investiert, bleibt auch weiterhin privat. Der ganze Prozess unterliegt dem Datenschutz und die ausgetauschten Informationen dürfen nur für Steuerzwecke verwendet werden. Wenn sich ein Partnerland nicht an diese Verpflichtungen hält, kann die Schweiz, wie alle anderen teilnehmenden Staaten, die Zusammenarbeit und die Datenlieferung unterbrechen. Auch mit dem AIA profitieren Kunden der Banken in der Schweiz weiterhin von den exzellenten Dienstleistungen und dem traditionell hohen Privatsphärenschutz für steuerkonforme Vermögen. Mehr Informationen zum automatischen Informationsaustausch auf www.swissbanking.org.